Ja, ich bin denn schon wieder soweit. Komm, push the button. Sie können Stürze aus fast jeder Höhe überleben. Fast. Aha. Geronimo! Oh, scheiße! Alter! Das ist jetzt übertreibbar, oder? Eine Wax-Cold-Garantie. Ach man, da vertue ich mich jedes Mal. Oh, wir haben immer noch die maximale Anzahl. Das ist schön. Das ist eine Wax-Cold-Garantie. Mission Dr. Carlyle eliminieren. Soll er sich einrichten lassen? Alter, diese Terror 4000. Die ist auch voll die Superwaffe, ey. Ein bisschen overpowered, aber auch nur so ein ganz kleines bisschen. Nur so ein bisschen. Willkommen zu dem Rex-Power-Cold. Zu ihrem letzten Tag auf Erden. Den Kakenmann freilassen. Wat? Fünfvieh? Wir sind hier nicht ausführbar. Kakenmann ist direkte Fertigstellungsphase. Du nutzloses Stück veralteter Anpassung. Ach du bist Hardware, ey. Stell ihn endlich fertig. Was schreit denn da so rum? Oh, Moment. Wollen wir schon mal dabei sind? Ja, hören wir mal auf 51. Tür auf. Ja, dann warte mal ein bisschen 2013 bis. Das wird noch geiler. Alter, wofür habe ich mir das Ding jetzt gerade für teuer Geld gekauft? Interessant. Mit Ruhe. Ja, ein bisschen Bares mit hier. Ich liebe das Teil. So, komm. Ich sehe dich doch auf der Karte. Da hat er immer direkt so ein Vetter sein muss. Moment, hier war doch direkt ein Manier auf, oder? Ach, ne. Scheiße, haben wir eingesammelt. Bist du denn für einer? Wie bist du denn für einer? Hätt sich wohl für ganz toll, ne? Ja, ja. Nicht mit mir hier. Nicht mit mir. Komm, Tür auf. Ein Sob. Eine schöne Sob. Ja, komm, hier. Aufwählen, bla bla. Tür auf. Und das macht bumm. Hier sieht doch jemand ins Gesicht. Das bringt nichts. Ich schieße euch ins Gesicht, ey. Jetzt haben wir hier noch einen. Ne? What? Was für Teile? Was für Teile? Was ist denn das denn da? Warte, jetzt geht's aber los, oder? Oh, oh. Wow. Leck mich an der Eier. Was sind denn mit Renn-Zombies? Wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Ich hab hier gesehen, da. Wo sind denn die? Komm, mach platt. Oh, oh, oh. Ja, komm, den Spruch, den haben wir jetzt aber wirklich oft genug gehört, hier. Ist das ein schönes Geräusch. Jetzt geht's weiter da hoch. So, und dann da hochkommen. Das muss man jetzt aber mal verraten, hier. Moment, irgendwo gibt's doch hier bestimmt eine Treppe. Das Einfachste ist ja meistens auch das Richtige. Da hinten ist schon mal keiner. Da komm, jetzt verarsch' ich mich, bin ich jetzt doof? Hä? Ach, wie wär's, wenn wir das mal da? So. Da bin ich jetzt irgendwie doof? Moment. Moment. Ist das ein bisschen peinlich. Aber nur so ein bisschen. Ach. Hauptsache, ich renne hier erst mal dumpf dran vorbei. Boah, ey. Ach, da hinten müssen wir hin. Ach, ist klar, machen wir das doch. Oh, komm. Klack, klack, Tür auf. Ja, mach da doch, den kommt und läuft schon. Oh, der ist halt jetzt bis die Tür aufgeht. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja, man kann's munition auffüllen hier. Ja, mach doch mal hin. Das waren gerade mal 30 Sekunden. Und von denen würden noch 10 Sekunden Smalltalk gehalten. Oh, nee, einmal mit Profis arbeiten, echt, ey. Wir sind das dann doch schon wieder für Teile. Komm, bleibt direkt da, wo ihr hergekommen seid, ey. Ich mag sowieso keiner. Scheiße, eine Minute noch. Das wird wahrlich. Ich bin nicht einfach nicht so. So viel einfacher. Mama. Alles gut. So, und vorne haben wir noch einen. Komm, dich hab ich doch gesehen. Du bist da unten. Schade, da war aber schon zu weit weg. Ja, mach hin, ey. Oh, ne Witz. Ich will da rein. Ich muss kacken. Oh, da kommt nochmal so ein Kollege. Kollege Schnürschuh. Oh, komm, 10 Sekunden noch. Warte, jetzt fang ich aber nochmal auf hier. Ja, mach. So, danke. Uh? Hier lang? Oh, oh. Oh, komm. Oh. Tut mir aber leid. Einen Moment. Ach, gottchen, ey. Jetzt fangen wir doch mal. Vorsicht, Sergeant Coat. Ein Fehlschuss und sie lassen meine Geschwärter frei. Die Rennzombies. Das hat wohl gerade was von Dead Space hier, vom ersten Teil. Oh, oh. Und führt die Rennzwang bis zur Omega Force. Sie sind nicht so wählerisch. Warum hast du das jetzt gesagt? Ob ich die auch für mich einsetzen könnte? Ich denke mal eher weniger, oder? Pass mal auf, doch wir da von dem Mix treffen hier. Oh, die sind superpräzise. Laufelfür. Ach, bumm. Ach, dein Tod läuft automatisch, ey. Wo kommt denn da jetzt her? Das fände ich doch immer eine Maßnahme. Dein Kraken, Mann? Das hättest du ja wohl gar nicht, Schnucki. Wo kommt ihr denn her? Ach komm, verpisst euch doch einfach. Oh nein. Oh nein. So. Komm nach oben. Danke. Deine Mutter ist der ultimative Cyborg, ey. Ohne Witz. Oh komm, mach die Tür auf hier. Alter, was ist mir denn hier? Den Nerz haben Kampfgeist. Die, die nicht zu Karlal gehören? Ja. Nimm mal diese Mini-Teile hier. Zack. Komm mal auf. Sie sind eine Cyber-Ratte in meinem Saal. Oh, finde ich geil. Was hast du denn zu bieten? 640. Wir sind gleich wirklich pleite hier. Komm mal, rup. Gravitationsaufzug entdeckt. Er kann die Schwerkraft umkehren und sie nach oben katapultieren. Wie. Huiiii. Alter. Hier werden sie sterben, Sergeant Rex. Nein. Ist der Krakenmann bereit? Scheiße. Scheiße! Mal einmal etwas. Schwachstelle im Sternum der Blutdruck entgegen. Zielen Sie auf das Leuchten auf Ihrer Brust. Zur Erinnerung, unten bleiben und Cyberherzen sammeln. Ja, genau. Dann konnte die... Scheiße. Wenn er die Blutdrache nicht mit Cyberherzen ablenkt, werden sie lebendig krillen. Ach, verdammt, ey. Ich muss doch tatsächlich nachgucken, wo dieser Scheiße da ist, ey. Na. Köderwölfe. Hab ich doch gemacht. Warum macht der denn die Kacke da auf? Das macht doch. Verweck. Alter. Ich hab doch das selbst gewerfen, ey. Ich doch. Juhuuu. Und du auch. Ta. Ja. Alter. Da freust du dich was. Das bringt irgendwie nichts mit den Herzenwerfen, hier. So. Ich bin erst noch mal fast platt. Oh oh. Komm, lauf. Werf. Alter. Bau dir rein. Ah. Komm. Blockiert euch. Oh oh. Wuuu. Nein, nein. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Verdammte Kacke. Geh drauf. Komm. Geh drauf. Komm, geh drauf. Danke. Das ist kein Glück, das ist Skill. Das, was man bei dir damals vergessen hat einzuprogrammieren. Das war unterhaltsam, Sergeant Colt. Aber jetzt wird der Vorhang gleich fallen. Ja, aber dein Drachen hier. Komm, geht ruf. Jawoll. Alter, aber ganz knapp. Was seid ihr denn für willchen? Machen wir mal. Oh, oh. Du scheiß Töder, ey. Oh, so eine noch mal. Zack und weg. So. Hammergeil. Dem haben wir in den Arsch getreten. Speichern. Nice. Rex, sind Sie da? Ein Spitzenplan da. Fand ich auch. Ich würde Sie ungern verlieren. Ich meine, einen feinen Soldaten. Uuuuh. Missionsziel erreicht. Zu diesen Koordinaten. Jawoll. War erfolgreich abgeschlossen. Und dann war's das auch wieder für heute. Und dann sehen wir uns in der morgigen Folge hoffentlich wieder. Beziehungsweise hören uns. Also, bis dahin. Scheiße. Das war mein Controller. Houd rein.